Hallo und herzlich willkommen mit Journal Network. Mein Name ist schön, dass du eingeschaltet hast und heute möchte ich dir zeigen, wie du mit deinem WordPress-Blog einen Banner auf der rechten Seite hier einfügst von Google AdSense. Ich möchte euch heute, wie gesagt, mit ein paar kurzen Schritten diesen Ablauf zeigen, wie man diesen Banner von Google AdSense einfügt. Ihr seht hier auf der rechten Seite diesen Banner und pro Banner-Klick bekommt man von Google AdSense dann eben Geld, also man bekommt so eine kleine Vergütung und das verbessert auf jeden Fall deinen Geldbeutel mit Geld. Wie gesagt, fangen wir jetzt gleich an. Wir sind jetzt hier zum Beispiel auf Google AdSense. Als erstes ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich bei Google AdSense kostenlos anmeldet, seine Homepage auf URL-Channels auch hinterlegt, damit sie werbeberechtigt ist und nachdem sie werbeberechtigt ist, also aktiv ist, kann man hier einen neuen Anzeige-Blog anklicken. Ja, ich habe schon einen vorbereitet für euch, ja, das ist der Anzeige-Blog und das ist hier Text-Build-Responsive, ja. Dann tue ich hier mal den Code abrufen, ja, den Code habe ich schon bereit. Klicke ich auf Kopieren, ja, ich zeige es euch nochmal und somit gehe ich hier auf WordPress. WordPress ist jetzt mein Backoffice von WordPress und hier kann ich zum Beispiel hier Text anklicken, hier tue ich es dann einfügen, ja. Also sagen wir es mal, hier rübersliden und dann kopiere ich das hier rein, diesen Java, also diesen Script halt, ja. Klicke ich auf Save und normalerweise sollte jetzt diese zweite Werbung erscheinen, wenn ich jetzt auf Aktualisieren drücke, ja. Jetzt klicke ich auf Aktualisieren und schon müsste gleich die Werbung von Google erscheinen, ist auch so der Fall, ja. Ihr seht jetzt hier, es sind jetzt zwei Werbungen von Google zu sehen, ja. Ja, aber ich wollte es jetzt euch nur mal zeigen, ich habe jetzt nur eine Werbung eingeführt, beziehungsweise eingefügt, ja. Und das ist ganz, ganz einfach, also wie gesagt, ihr holt euch einen WordPress-Blog, ja. Das ist zum Beispiel ein WordPress-Blog und dann tut ihr euch kostenlos bei Google AdSense anmelden, ja. Gebt eure URL, sag ich mal, eure Seite frei, ja. Hier seht ihr zum Beispiel neue URL-Channel, gibt zum Beispiel www.google-blog.com und danach wartet ihr, dass es hier aktiviert wird von Google und wenn das hier alles stimmt, dann klickt ihr auf Anzeigeblöcke später und könnt damit einen neuen Anzeigeblock dann schalten, ja. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen länglicheren, da sagt man so 700, ja, 728 mal 90 ist es, soweit ich weiß. Ja, ja, hier, 728 ist ein Leaderboard, ja, das ist ein bisschen längeres, aber wie gesagt, ihr habt hier die freie Entscheidung, was ihr für Banner nehmt. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass, also die Responsive auf jeden Fall und die hier Large Mobile Banner, das sind für, ja, und hier Medium Rectangle, ja, das sind für, wenn die Mobilgeräte, ja, das wird für Mobilgeräte unterstützt, ja. Und da habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit mehr zu verdienen, anstatt nur, ja, diese ganzen Leaderboards und so, die sind nicht für die Mobilgeräte, ja, werden halt nicht eben unterstützt. Deswegen würde ich euch empfehlen, diese drei Banner zu nehmen, einmal, zweimal und diesen hier mit dem Rectangle, ja, damit ihr eine höhere Gewinn-Summe erzielen könnt, ja. Ja, soweit so gut, es hat mich gefreut, liebe Leute, ich hoffe, dieses Video-Tutorial war für euch, ja, sagen wir mal, hilfreich, ja. Ihr könnt mich gerne abonnieren auf YouTube, ja, ihr könnt gerne auf meinen Blog dann zugreifen, einmal hier auf Abonnieren drücken. Und somit bleibt ihr jederzeit auf dem neuesten Stand, es kommen immer neuere Videos raus im Bereich SEO, Traffic, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Darauf bespezialisiere ich mich und darauf möchte ich dann auch eingehen in WordPress-Blogs, wie man nebenher sich eine Nische aufbauen kann, ja. Gerne könnt ihr mich, ja, ein Gefällt mir draufdrücken oder einmal kurz teilen, das wäre sehr, sehr nett von euch. Ich bedanke mich auch für jeden Like und für jedes Mal, dass ihr mich teilt. Wie gesagt, ich bin dann auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook dann vertreten. Ansonsten könnt ihr mich jederzeit in Skype unter lele469 erreichen, das werde ich alles unter diesem Video reinstellen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Network-Marketing, Affiliate-Marketing oder WordPress-Blogs, ja, dann schreibt mich an, ruft mich an, ich bin jederzeit verfügbar und ich freue mich von, ja, auf jeden Anruf, auf jede Nachricht von euch, ja. Es hat mich sehr, sehr gefreut, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, liebe Leute, bleibt am Ball, bleibt gesund, ja. Wir sind an der Network-Network und bis zum nächsten Video. Danke, ciao, ciao.